Juhu! Dad, wir gehen doch mit auf eine deiner Expeditionen. Richtig? Ja, wohin gehen wir denn dieses Jahr? Möglicherweise müssen wir unsere normale Sommerreise ein wenig verschieben. Es tut mir leid. Ich hab einen Abgabetermin und jetzt muss ich allein weiter arbeiten. Dad? Alex? Er ist nicht hier drin. Wow! Wusstest du hiervon, Mom? Dad! Dad? Dad wurde zu Stein? Unsere Vorfahren haben diese Artefakte gestohlen und die Familie verflucht. Wir müssen diese Dinge dahin zurückbringen, wo sie hingehören. Und wenn wir das schaffen, können wir Dad zurückholen. Der einzige Weg, wie wir das schaffen, ist als Familie. Wir müssen die Artefakte werden, die Tür zurückziehen. Wir müssen jetzt ein paar Mal wieder auf den Weg, wo ihr habt, wo es geht! Und wenn ihr seid, kommt der Weg, wo ihr seid! Vielen Dank.